ja hallo freunde willkommen zu einem level soft video heute zock ich das spiel trials blood of the dragon fangen wir doch gleich mal an ja das besondere an diesem spiel ist dass ihr es umsonst bekommen könnt was müsst ihr dafür machen ihr müsst euch erst mal die demo saugen die fünfzehn jünger weit groß ist und versuchen das komplette spiel mit 14 fehlern oder weniger durch zu zocken was fast unmöglich ist gerade wer trials kennt weiß wie schwer das spiel doch ist es hat eine super physik ein win das muss man zugeben die atmosphäre ist cool die grafik von wundrahtender style aber ja unisoft was macht ihr mit uns ich dachte man muss die zwei level spielen die man zocken kann ich glaube ich habe es bis zum dritten oder vierten level geschafft ja woher wisst ihr ob ihr dabei seid oben links seht ihr doch da steht die demo version wenn ihr richtig verbunden seid dann steht da nämlich 15 versuche ja und dann wird das mal weniger wenn ihr fehler macht ähm ja die mission abgeschlossen und ich habe mich so gefreut weil ich dachte zwei mission das schaffe ich schon aber von mir und es ist es ist wirklich schwierig da eine verbindung aufzubauen das dauert nämlich so was von ewig man ich habe es tage probiert und irgendwie hat es nie richtig verbunden und gerade eben habe ich mich so gefreut ja dachte so ja jetzt kriegst du das spiel umsonst so und jetzt habe ich meine versuche aufgebraucht und konnte nur ja komm schon na naja good you heard me kids 12 years ago i fell for a lady dr. elizabeth darling the most beautiful woman i ever saw Ja, ja, das ist okay. So, denn Freunde, wir müssen später noch vom Bike absteigen und dann wird der Knarre den Monster zerschießen. Und, ja, das ist wie gesagt sehr schwierig. Natürlich könnt ihr euch versuchen, dass es weniger bleibt. A, weil es nicht verbindet, das ist schon mal total nervig. Und wenn es mal von 100 Versuchen einmal verbindet, ja, schafft man das irgendwie. Ich schaffe es nicht, das Problem zu spielen mit dieser niedrigen Kürzer. Ich mach zwei Fusionsspielen. Das alles kommt an das. Wir eliminieren die schlechte Leute. Und das ist kein Unterschied. Geh auf, Corporal! Wow! Erzählt! Ein Salto! Ein Salto! Vorne... Ja. Und so. Das steht, wenn ihr die Demo zockt nach zwei Missionen vorbei. Ja gut, das war das ein Level-Sock-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye!